die logische rechnung also warum regeneriert es so langsam wie viel leben regenerierten das zwei scheiße da wäre ich lieber gestorben alter alle werden so viel sticks gemachte ich nicht also ich nicht nur kakt zum vierter aufgesterben ich leuchte jetzt alles aus ist mir scheißegal hier kriegt da und da und hier ausleuchten da ausleuchten und da ausleuchten und da ausleuchten und zornel zombie apokalypse umgekehrt mit dem die manche oder und warum gibt es bei lol bei 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 Minecraft eigentlich nicht Verzauberung auf dem Schwert mit Lifesteal oder so mit was ausleuchteile ich dort kann man jemand hier aus dem Fackeln hin machen hier direkt ins Haus weil ich kann das nicht machen bei mir geht es weg mach mal dahin dass da kein böses erwachen spawnen hallo hallo jemand ist die vorher abgabler klare 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 ja klar ich habe mich der Torbund der Gäden mit zwei Zombies an ich habe ihren Bogen Nein! Doch, von Lisa. Ich bin ernst zu dir. Doch von Lisa. Ja, die hat so ein Mongoloch gemacht, ey. Peace. What? I'm in love. Peace. Ja. Also Lisa, du hast jetzt Peace. War zu voll für die Xs. Ja, sieht man bei uns in anderen Spielern auch. Also es würde noch für etwa 5 goldene Äpfel reichen und 3 haben wir noch. Achtung, Creeper. Oh, Creeper. Wir können auch schlafen gehen. Halt ein bisschen zu sipp. Die haben ja noch 3 Wolle im Ding. Stimmt. Ich wollte eigentlich gerade angeln gehen. Ups. Ich kann nicht aber schlafen. Alle miteinander. Ja. So, wo stelle ich jetzt hin? Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Ich stell's da hin. Ich penn, wo penn ich denn? Such dir aus. Ich schlaf neben Juli. Ich schlaf am Fußende. Immer mitm Schwert. Okay, total fertig. Oh, no, 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 no. Oh, Creeper. Oh, no, 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 no. Juli. Juli, ich könnte ja auch so schlafen. Juli. Juli, ich könnte ja auch so schlafen. Es kommt doch geil. Falls ich mal... Welche Stinke für sich kriegt er? Aufwachunger habe oder so. Ich lebe, ich schlaf hier. Ah! Will schlafen. Auf geht's. Warte. Ich muss mich voll nicht eckig schwitzen. Jonas. Lol. Loll. 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 L Ст plentyате矢. Oh my god. Oh je. Ich habe gerade einmal dreieinhalb Herzen. Egal. Kapital thermal man ein Fisch. Davor müssen wir alle Weile und Bogen und so haben Im Neto Wir haben noch so viele Bücher, Juli, wo sind die Bücher? Ah, da! Okay, Portal ist jetzt angezündet Also ein Fisch habe ich schon Der Tauberangstisch ist... Fertig Heu, ihr schmeißt da immer alles rein, Essen ist rechts Oh, du bist so blöd Oh, ups Au, nicht um, Alter! Oh! Was wollte ich denn machen? Ich wollte da das Bett, das Ding erhören Ja, weiß Juli und seine Vergessenheit Ja, ja, schon klar So, hier Haus erhöht für Paddy Oh, ich seh's Portal Aber ehrlich gesagt will ich da nicht rein Lol Ernsthaft, ich habe mich gerade selber mit der Angel geschlagen Weil bei mir im Singleplayer war es mal so, ich bin in Neto rein und das Neto-Portal war mit dem Nichts Wie jetzt? Das Stand war in der Luft Ja, er muss eine Werkzeuge hin tun Alter, wie es hier nur bugt Äh, Werkzeuge, mach ich mal da Egal, wir haben einen Zaubertisch Ich hab' ich gerade eben gebastelt Boah, ich hab' eigentlich einen Fisch verzaubern, ne, schade Nein Werkzeuge kommt auch rechts rein Boah, Schärfe 1 und Rückstoß 1 mit einem Level Lol Lol, auf was? Schwert Geil Du kannst ja für'n Rückstoß doch nur auf Schwert bekommen Ja, schon Oh, hoppala Oha Alter Ich hatte gerade noch die Angel Boah Ich hab' schon gedacht Sorry So Bogen mit Level 5, Stärke 1 Ja, okay, gut Ja, Bogen rentiert sich eigentlich nicht wirklich auf hohen Level zu So Und es ist immer das gleiche Einzelne Ja Warum haben wir eigentlich keine Bücherregale erst gemacht, ganz ehrlich? Keine Ahnung Äh, Juli, warum hast du die Bücherregale eigentlich kaputt gemacht? Wie soll ich sonst machen? Ah, meine Schule Wenn du Bücherregale kaputt machst, kommen immer nur Bücher raus Ja, ich glaube, das wird mir echt verlassen können Warum denn? Äh, ich hab' nicht reingestellt Äh, wie wär's, wenn wir die Bücherregale da drum rum machen? Wird schwer Warum? Ja, wir haben doch nicht die Hacke, oder? Äh, Bage? Die Hacke haben wir? Ja Jetzt hat mir kein Obsidian, du Gräf Eben, weil dann mach' ich mach' mal schön'n eigenen Raum, ich mach' schon die Bücherregale Man, wenn man das so blöd hat, das Eis zu blöd verteilt Nein, geht man, ne, doch Boah, Jonas, nein Ja, Mann Jolo Nein Doch Nö, kannst du ruhig gern machen Mir schlangweilig Ja, dann geh Okay, ich geh, tschüss Doch, doch, ich geh Lassen, lassen doch gehen, lassen doch sterben Hallo, macht mal jemand jetzt den Dinger weg Okay, ich probier's mal Den Dinger Ja Wer hat'n die Hacke? In dieser Kiste hier Ich bin im Ofen Ich guck mal, ob alles sicher ist Oh fuck, oh fuck Bin weg Tschüss 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 Und wie ist's? Warte, es lädt noch Oh oh Boah, da geht's gleich in den Abgrund runter Echt? Ja Du müsst echt aufpassen Au, komm, slimeballs, Alter Janis baut er grad Ne Wand Ha? Janis, du hast grad die Wand baut und wollte ich drüber springen Okay, ich gebe da nach Hause Mach das Oh Gott, leck Lol Puh Alter Weißt du was meine ich, dass halt Gleich das Niederportal halt Jetzt bei uns dann zum Abgrund Ich war halt bei mir gleich im Nichts Ja Also wär jetzt jemand so freundlich da Den Zaubertisch rein zu machen Ja, gleich Oder so Mhm So Da ja Walid und so nicht mehr da sind Bis 26 können wir, ähm, entchanten Bis 26